so okay noch mal gerustet ja damit herzlich willkommen hier zurück bei spirels auf den ort mit meinem kleinen fuchs es wurde ja letztes mal hier automatisch gespeichert und deswegen fange ich hier wieder an weil eigentlich war schon viel weiter und zwar da wo ich halt aufgehört habe wo ich mich als geist verwandeln konnte dann gehe ich das noch mal hin das war ja nicht so weit das war ja hier runter so moment ich mache hier noch mal die blume so kann ich denn hier nee genau da kann ich jetzt noch nicht durch einmal da dann war ja einmal hier dann muss ich da hinten rüber das hatte ich halt jetzt mal auch schon angemacht ja ja So, und dann konnte ich ja letztes Mal hier mich als Geist verwandeln. So, ähm, nur hier ging das ja nicht, also muss das dann hier oben irgendwie, machbar, so, aber hier ist auch die Plattform, ähm, ach, ich muss ja da rüber dann, warte mal, genau, da kann auch Wasser laufen, häp, jawohl, ist hier, da, so, ach, jetzt geht das Ding hoch, ich krieg ihn hoch, den Fuchs, ach, okay, komm mal her, so, jetzt kann ich doch, weil normal geht er nicht genau hier, äh, Dreieck, ach, das reicht ja schon, ähm, aber ich muss nicht länger wählen, so, genau, das kann er ja wieder hier raus, aber ich nehme nochmal hier die Pflanze mit, so, äh, die Frage ist, wo kann ich denn jetzt noch hin, ach, die Musik ist so schön, irgendwie so beruhigend, na, er kann schon wieder nicht mehr, japse, 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 das ist ein Spiel, ja, das ohne Worte auskommt, das ohne Texte so auskommt, die einen dann sagen, hier, geh da lang, mach dies und jenes und so weiter, da ist auch ja ne bluten Stocksichter, ey, okay, ähm, ich kann nochmal die, den Stock schon mal in dem, Moment, und der glüht ja auch schon, so, einmal hier, Klaffi, Klaffi, dann, so, gucken, 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 hier ist ein Stein, dann will ich mit meinen, okay, hallo, ah, das geht da runter, dann, ja, nimm, nimm doch hier den Dings in die Hand, so, Moment, so, Moment, hier, okay, gut, hoch, hoch, okay, da geht's nicht weiter, so, die Frage ist, wo muss ich denn jetzt hin, so, wenn man da oben auch noch hin könnte, aber da kommt man so irgendwie nicht hoch, der, wie soll ich sagen, der, was ist das, so ne Art Stauböffelregen fällt dir runter, da ist auch noch ne Blume, hier ist noch was, hm, merkwürdig, das ist ja was, ne, ich weiß wohl nicht zu sein, hm, und sonst, ähm, hier ist auch noch wieder blau, so, Treppen, ach, da war ja noch so was vor, genau, so, dann schnell hier durch, jetzt muss ich gucken, okay, ach, jetzt ist das hier auch weg, gut, jetzt ist das auch weg, hier ist nicht mehr, dann laufe ich doch mal hier hoch, kling kling, ach, ich finde das einfach nur schön, das kommt ohne Worte aus, ohne Texte, die einem sagen, was du machen sollst und so weiter, hm, hier schon wieder, ja, oder so ein, ja, äh, ich brauch hier ne Blume, Gibt's hier zufällig irgendwo, hallo, rein und raus, und hier rein und raus, ähm, okay, da ist ne Blume, ne blaue Blume, blau, 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 das ist der Endsee, ah, schnabidi bippa bomm, schnabidi bippa bomm, ich geh erstmal hier oben gucken, wie weit kommen wir denn, muss ich jetzt da rüber, hepp, okay, um, hepp, oh, hepp, oh, oh, okay, hmm, okay, dokey, ja, es macht den Bum, und da muss er wohl da drauf liegen bleiben, und ich als Geist müsse wohl dann schnell da durchlaufen, mal gucken, so, Gewicht muss drauf, jawohl, hmm, ein Teil brennt, in rot, gut, aber da fehlt ja noch, glaube ich, ein Teil, wie es aussieht, okay, ein Teil, ein Teil fehlt, ähm, ähm, mal gucken, also, ich bin ja jetzt kein Geist mehr, äh, blume, jetzt bräuch ich wieder mal ne, so, muss ich da nicht viel noch weiter lang, oder wie sehe ich das hier, oh, hüpp, und hüpp, mal gucken, so, geh mal weg, da so komisches Ding, so, dann mal schnell hier durch, aber ne, hier ist dann auch nix mehr, okay, also, was nun, ähm, das ist die Frage, komme ich hier so durch, müssen wir beide an sein, oder kann ich da was mit, huch, ach, das geht da lang, ja, schön, und ist er wieder ein Speicherpunkt, das ist doch toll, ja, ich habe aber knapp eine Viertelstunde, oder so, na ja, gut, ich weiß nicht, wann er nicht zum Speicherpunkt kommt, ich denke, das wird auch nochmal eine Viertelstunde dauern, oder was, aber, okay, wenn es zu lange ist, kann ich das ja schneiden, ich guck mal, wah, wo gehst du hin, du guckst, du guckst, okay, okay, so, so, Oh, das ist nichts. Hm. Ah. ok warum auch immer die hier liegen ne kann nix bringen merkwürdig pats 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 gut dann gehen wir hier hoch hoppala ne da komme ich nicht hoch ok warum auch immer ähm soo eine blume eine bl Oh, eine blblblblblblme. Hmm... Hop... Hop... Nee. parfois, es springt ja irgendwie nicht ein, das ich sie habe, warum ich ... Ich nicht schaue. Oh, ich kann nicht laufen... So tief im Wasser spielt doch gar nicht. Warum kann ich jetzt nicht laufen? Okay. Hop... Interessant hier. Hepp. Schon wieder Greve. Okay. Mein blauer Geist oder was er da ist. Geht immer schon wieder ein paar Meter vor. Hier auch. Ah, kann ich? Ja, ich kann. Okay. Okay. Der auch. Aber es geschieht nichts. Okay. Okay. Man hat das komische Rote dahin. Nein, hier geht es auch nicht weiter. Ähm. Ähm. Hm. Merkwärdig. Merkwärdig. Okay. Ui. Okay. Eine Wand. Hm. Hier ist nichts. Ja. 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 Es. Ja. Ja. gute frage was mache ich denn jetzt könnte man hier auch am selben punkt noch mal speichern oder geht das jetzt nur einmal ich weiß das gar nicht es geht nur einmal schade was mache ich denn jetzt ja da ist ja nix mehr im moment also ich sehe irgendwie nix könnte denn noch was sein da ist die wand merkwürdig boah alter wenn man da dann einfach nicht mehr weiß wo man noch hin soll ähm Ich weiß nicht, was das Rote hier soll. Keine Ahnung. Ne, da komme ich auch nicht rüber. Gute Frage. Wie geht es jetzt hier weiter? Hier kann ich nicht laufen. Wie macht man da weiter? Das ist echt eine gute Frage. Ne, da ruft es wieder ab. Tja, wie komme ich jetzt hier weiter und wo muss ich hin? Das ist die Frage. Im Moment weiß ich jetzt nicht. Hoppala. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hin soll. Da komme ich nicht rüber. Nicht hoch. Merkwürdig. Da geht es auch nicht hoch. Wenn er dann immer irgendwo nicht hochkommt, wo er hoch soll oder was? Nee. Ich wusste jetzt nicht, wo ich das nächste hin soll. Da geht es nicht weiter. Alter, wo soll ich denn da hin? Boah. Keine Ahnung, ob das so sein soll. Ach, da komme ich ja nicht durch. Nicht weiter und so weiter. Also. Hä? Ne. Das bringt nichts da oben. Dann ist da diese berühmte unsichtbare Mauer. Da kommst du da nicht weiter. Oh. Wo soll ich denn noch hin? Da ist dich. Da komme ich nicht durch. Ja, darf der zu. Ich kann ja nicht laufen. Das geht nicht. Da wieder. Dann ist wieder hier eine Blume. Ha. Oh. Merkwürdig. Ich sehe hier im Moment auch nichts, was ich machen könnte. Hier ist kein Stein, wo ich wählen kann oder wo ich bellen kann. Das ist merkwürdig. Das ist merkwürdig. Dann bleiben nur noch diese Dinge. Okay. Gut. Da habe ich ja doch noch ein bisschen was geschafft hier, dass ich da durchkomme. Hätte ich nicht gedacht jetzt. Wie weit komme ich jetzt hier hin? Okay. Puh. Alter. Wieder was? Hast du genießt? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Haben wir hier durch bitte? Oh wei oh wei oh wei. Okay. Ähm. Uh. 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 Neh. Uh. 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 Sekunde. Eine Sekunde ist gefehlt, wo ich gerade bin. Alter, ist das eng. Aber geil. Okay, komm jetzt hier und... Okay, es hat Funktion Nuckel. Geht jetzt das Tor auf. Wo komme ich denn da nicht hoch? So... Da ist irgendwo ein Tor aufgegangen, wo auch solche Dinger waren hier. Die Frage ist nur, wo jetzt? Gesundheit. Ähm, war das hier? Ja. Und diese großen roten Dinger hier. Da kommen wieder ein Knall. So... Nee... Da kommen wir mal, wo spricht nix. Jetzt die ganze Energie frei. Okay, links hat sich was getan. Ah, das ist wieder so ein Ding. Okay. Äh... Da war eine Blume, hab ich gesehen. Blau... So... Na dann... Wedel, wedel... Wedel, wedel... Oh, hier ist öffnet sich das da, oder wat? Jawoll... Oh, tiefes Wasser. Es geht... ... 14 tief. Aha... Oh! Hallo! Hepp! Ein großer Fuchs. Vielleicht sein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, oder so, so eine Art. Okay. Du könntest ja auch langsam mal speichern hier, ne? Damit ich dann hier mal aufhören kann. Ähm... Ja, sehe ich schon. Au! Ein etwas größeres Rätsel. Ähm... Muss ich da jetzt gucken, wie das angeordnet ist? Hier kann ich, glaube ich, nichts erkennen. Ähm... Ähm... Äh... Ich hab ja nichts... ...zum wedeln... ...miss... ...mir fällt eine blaue Blume. Ähm... ...miss... 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 Nee Es sind ja auch nur Berge und dann wohl eine Art Stadt oder so Ähm Okay, sind die Männigen drauf? Ja, der sieht anders aus Da haben wir glaube ich drei oder was, dann die Länglichen und dann hier Woran kann ich jetzt erkennen, dass das richtig ist? Ist auch dasselbe Au Alter Das war aber mal ein ganz ganz großer Zufall Ach guck mal, hier sind die Dinger an Jetzt kann ich feichern Okay Gut, und wie es dann nächstes Mal weiter geht Das erfahren wir in der nächsten Folge Uh, okay Bis dahin mach's gut und Bye Bye Okay Was das so? I I I I Vielen Dank.